Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Two Weekend, diesmal mit World War Z. Genau. Wir sind immer noch beim Spaziergang am Toten Meer, den wir ja sehr erfolgreich verloren haben in der letzten Folge. Und ich denke mal, das werden wir auch dieses Mal schaffen. Aller guten Dinge sind drei. Positiv denken. Genau, das wird schon. Wir waren ja hier bei der Tankstelle, da waren wir ja schon. Das davor war nur zum Warmwerden. Genau. Und jetzt werden wir kalt gemacht. Gemacht. Oder machen die Kalten kalt. Hm. Du ist ja der Meinung, dass wir das sehr gut schaffen und ich meine mal, naja, ohne Du würden wir das schon sehr gut schaffen, aber wir müssen halt mitnehmen, weil er hat uns drum gebeten. Na gut. Ich schalte mal wieder auf meine... Wie du meinst. Wie du meinst. Wie du meinst. Eine... Zip, 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 zip. Gebe hinter uns, Doc. Ja, bleib hinter uns, Doc. Okay. Achso, warte mal. Ich müsste mich eigentlich nochmal rechnen für das eine Mal, wo Du mir hinten durch geschossen hat. Achso, auch erledigt. Ja. We're seeing a lot of action. Ja, okay. Du, Black. Ja. Guck mal nachher drüben. Wo ist denn drüben? Oh, hinter uns. Hinter uns. Wir sehen, auf die andere Straßenseite wollte ich sagen. Die da hinten an liefen. Ja, viele laufen auch hier. Ja, jetzt sehe ich sie. Das sind ein paar. Ja, das sind noch wenig. Eben lief ein paar mehr. Die Ladung nehme ich hier mal, bitte. Ja, bitte. Für den Dicken. Nehmen die mal. Wir sind schon vorn. Aber wir sind einfach zu viert. Ne, fünf. Ja, viereinhalb. So. Wir sind da. Na komm, deswegen ist ein NPC, der mitschießt. Die ganze Zeit immer vor die Nase. Wer, ich? Ja. Ja, ihr beide. So, hier gibt's auch nochmal Ladungen. Oh Gott, Alter. Verteidigungs-Position. Da liegt der nicht hier schon wieder. Ja, der NPC. So. Na gut. Ich habe einen automatischen Geschutzt-Ton. Wieder dahin, wo er vorher stand, würde ich sagen. Ja. Was ist denn da hinten schon wieder los? Alter. Geht mal aus dem Duft raus. Da hat jemand gepupst. Oh Gott, ey. Ja, was möchtest du denn meinem Sohn? Boah, ernsthaft? Ich habe nur das ausgesprochen, was Black gedacht hat. Ja, genau. So, der Geschützt-Ton geschützt uns erstmal. B-Schützt. Hast du eigentlich noch deine... Aber den hast du ja nicht mitgenommen, ne? Den kriegst du ja nicht bei Tod. Oh, hier ist eine Sprengladung. Geil, oh. Dann mach was draus. Ey. Tür ist offen. Gleich. Zurück. Papou. Der Kampf schon los, ne? Ne, 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 ne. Ich mache hier nur gerade... Wo Spannungsnetz? Hier gibt es noch einen, äh, für einen Fall, der sich dann später jemand heilen muss. Sportkarabiner primär, sonst ist nix großartiges. Nö, das wollen wir alles nicht. Für später vielleicht noch. So. Gut, äh, wir haben... Keine Mörser, die ich mal... Nein. Nicht so schön. Sportkarabiner, wenn er mich mit... Äh, Lilly? Ja? Komm mal hierher, heil dich und nimm mal das Pack, Matt. Achtung, es kommt schon. Hat sich erledigt. Nur sagen wir mal, keine, okay. Kommst du dich um den rechten Turm, die? Ich kümmere mich um den rechten, ja. Achtung, da kommt Gift, die ist in eine neue Richtung. Okay, ich hab's heute mit den Dicken. Habe ihn. Draußen ist der scheiß Wolke. Nein, ihr krabbelt nicht zu Black hoch. Was, die wir? Ja, ja, keine Angst. Ja, ein paar, ein paar. Wir hätten Anti-Krabbler-Vertrag geschlossen. Hey, was, was wird das hier? Wir wollen euch nicht hier haben. Gut gezielt, mein Molotow. Sehr schön. Okay, nächsten. Oh, hi, gut. Oh, das ist ja ganz gut. Das läuft besser, ja. Schöner Treffer. Ach, was, Wolke? Geht's dir das Geschütz nach dir? Nee, Geschütz. Nehmen wir das noch, Leute? Ja, das Automatikgeschütz. Ach so, okay. So. Wir stehen eigentlich noch sehr gut da, ne? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unerwartet. Munition. Na? Was ist das denn hier? Ach, hier kann ich nochmal in die Sprengladung. Du kannst ja zwei hier verwurschen. Na gut. Also. Okay. Wir können aber weiter. Hier hinten steht auch nochmal ein Maschinengewehr. Hätte auch mal jemand nehmen können. Stüße ruhig. Nein, aus. Oh, er muss das sagen. Was denn? Was? Ja, alles gut. Will mir noch jemand teilen? Hier ist nochmal ein Pack. Werde am wenigsten. War eigentlich Lilly, ne? Ja, ja. Schon wieder ich? Ja, du hast ja mit dem Dicken. Ja, mach. Mach einfach. Warte, ich fülle nochmal Muni auf. Mach das. Ich hab, ich hab, ich im Visier. Über dir kommt was. Ja, ja. Achtung, Gas-Kopf. Ja, und ein Dicker. Achso, das war Lilly. Uh, und ein Bomber. Dicker ist weg. Was? Alter, Falter. So. So, weiter. Gut. Das nächste Mad-Pack dann für mich. Oh, ich nehme mal die Virusprobe mit. Oh ja, mach das sicher. Immer. Alles extra Punkte. Wenn wir bis zum Ende kommen. Hab Vertrauen in die Macht. Ja, aber die Macht mit. Aber auch in ihn hab ich Vertrauen. Ah, Schleimer. Da brauche ich hier nur ab und an eine kleine Ansage, dann passt das. Bleib stehen und stirb einfach. Und diese blöden, äh, äh, Dinger sind, äh, recht unnütz, diese, diese, ähm, ja, Schallgedämpften. Ja, die hab ich schon gegen ne PDW ausgetauscht. Das eine Mal. Ja, du bist toll. Du bist stark. Du bist tot. Achtung. Schrei, Hälte. Aber ihn. Achtung, Giftob. Oh, haltung. Gesehen. Du, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Oh Gott. Der Weg ist versperrt. Du kommst hier nicht rein. Ach ne, durch. So ne Art. Vorbei. Ja, du kannst nicht vorbei. Genau, so war's. Können wir? Sind schon. Also ich, äh, und du, weil du vorneweg rennt. Ja. Wir kennen das ja nicht anders. Äh, bevor ich jetzt hier, ich guck mal kurz runter. Äh, wo ist da oben? Wo ist? Hier ist noch ein Verbandskasten, warte mal, ich halte mich mal ganz kurz, Augenblick. Hier bei mir ist eine Kiste, ich sag mal, sie mal auf. Hier ist ein PDW und eine kompakte Schrotflinte, sekundär, beides sekundär. Wir sehen mal die PDW mit der Stadt, die. Kann ich öffnen? Ich öffne mal. Ja, mach einfach mal. Ja, why not. Äh, ja, genau. Deswegen vielleicht. Hoch, 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 hoch. Okay, ich komm mal hoch. Treppe hoch. Ui, dicker, 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 hat mich auf. Aber eben. Steht ja einfach so neben mir rum. Achtung, hier hinten ist ein Gift hier unter dir bei Lilly. Weil. N.P.C., kommst du einfach mal mit, danke. So. Ach so. Boah, der hat gut gelitten hier, der blutet. Ja. Kann er ab. Genau, der lebt nicht wirklich, das ist nicht so schlimm. Revolver, sekundär. Achtung, da kommt was Rotes um die Ecke. Ja, entgelürkert. So. Lade nach. Oh, das ist noch mehr, ey. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. So, hier, Fehlkisten, Fehlkisten. Dib einfach, du auch. Turbine ist clean up the Swarms. Hier ist eine Kompakt der Schrottflinte oder eine Kampfschrottflinte. Ich nehme die Kampfi. Ach so, du hast auch Schrofflinten noch gehabt, ne? Ich habe schon eine Kampfschrottflinte. Ah, wunderbar, dann nehme ich die Kampfi. Dann passt's. Lilly, du musstest dich den nächsten Mal heilen. Ja, ich weiß. Oh ja. Oh ja. Ich spiel die Sportkarabine unheimlich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist zwar ein Einzelschuss. Aber die hat... Ah, verdammt, ich bin schon wieder unten. Vor den Wegebnen für uns. Leider noch. Gut. Cool abgerollt, der Dicke hier. Achtung, Dicke. Naja. Der rennt auf irgendjemanden zu. Na. Ich habe noch 33 Schuss. Ich nicht. Kommen wir ja. Ja, kam ja gleich Muni. Hier hinten ist was. Hier ist ein Nutzlastgewehr. Denn oben, oben, oben. Und wo kommen sie von da? Wo ist der? Wer liegt jetzt schon wieder? Der alte Mann. Der Opa, natürlich. Irgendwo ist die Schreie. Ich sollte sich mal heilen, weil das ist schon... Bin dabei. Das ist schon ganz schön kritisch. Wie gesagt, die Nutzlastgewehr, falls noch keiner eine Säcke und der hat. Also Säcke, der nicht eine dritte. Wo ist das? Hier in der Händelcke. Links, 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 links. Ich sehe es halt irgendwie nicht. Ja, da. Okay, alles klar. So, nehmen wir. Vielleicht sollten wir das mal so machen, dass Du und ich als Team laufen und Linien und Black als Team laufen. Dass wir nicht uns immer so viel trennen. Oh, Lilly. Wir zwei sind im Team. Oh, ey. Was sagt deine Frau dazu? Ach, dir hat das abgesignet. Ich habe sie gestern Abend gefragt. Genau. Bei Zombies ist alles erlaubt. So, verpasst. Ich fühl das... Oh, hier ist ein Flammenwerber. Ja, ähm, braucht hier jemanden im Verbandskasten, will sich jemanden hochheilen oder beziehungsweise wollen wir den für unterwegs verhalten. Hier ist jetzt noch die... Hier ist jetzt noch die... Das Nutzlastgewehr. Achtung. Hier ist er. Gut. Nachladen. Mal los, hab ich. Ja, hab ich. Okay. Na, nachladen. Ja. Nehme ich mir auch gleich mal hier nochmal. So, okay. Dann, äh, würde ich sagen, zur Barrikade, bevor wir hier unnötig Zeit verlieren. Wir haben ja alles. Komm, aber noch ein paar. Kannst du die... Hm. Okay, Barrikade ist auf. Macht nix. Die sind auch auf. Na, das ist natürlich. Da liegt noch was. Ja, das ist nicht gut. Hier liegt noch eine Panzerfaust drin. Ja, warte. Ich nehme dann meine Sturmschrottflinte und baller die leer. Da kann einer mal nach hinten gucken, irgendwie, hauptsächlich. Na, warte. Ich gucke mal hinter. Hinten ist frei. Hinten ist immer noch frei. Seid ihr davon mal fertig? Das ist langweilig. Okay. Wo war die Panzerfaust? Hier, hier im Bauauto. Hier im Auto bei mir. Warte. Achtung, Gas-Typ von hinten. Den habe ich. Hier im Auto bei dir. Hier im Auto. Da, okay. Okay. Wenn er sie nehmen würde, danke. Können wir? Wir können. Oh, da sind dicker hinten. Okay, der war hinüber. Der kommt noch. Was machen nochmal diese rot umrandeten, eigentlich Zombies? Die sind etwas spezieller. Du und ich. Du und ich. Du verlierst. So. So. So, jetzt am besten alle durchgehen, bevor wir irgendwas, äh, Dingens. Und wenn der NPC nicht mitkommt, hat er Pech. Oh, der hat sich schon hergebeamt, okay. So. Ich habe nie einen so groß gesehen. Munition nehmen. Oh, hallo Sturmkarabiner. Du bist meiner. Hm, Sturm Schrotflinde. Geht los, ne? Ja. Gleich müsste er sagen, wir brauchen Teile, bla bla bla. Guck euch das da hinten an. So. Du, wir beide. Weißt du denn? Schon beim Eingang, ich mach's ja nicht. Okay. So, wo ist denn das andere Teil? Wo ist das andere Teil? Das, äh. Achtung, hier drin bei euch. Genau. Und von hinten kriegt er auch Besuch. Ja. So, komm, wir gehen mal in die, äh, Lilly, wo bist du? Ich hab dem alten Mann geholt. Ah, so, alles klar, der alte Sack wieder. Warte, bleib ich mit draußen. Du, du kommst du mit? Wir müssen ja, ich hab Autoteile. Ja, wie ich noch nicht. Also. Ja, du ist schon immer gut in Teamarbeit gewesen. Ja, da sind Digger. Ah, da sind Digger, ja. Ja, okay. Hab, hab was? Komm zurück. Digger, dort. Gut. Lilly, du musst dich heilen, demnächst. Ich bin dabei. Du siehst auch nie besser aus. Achtung, von da hinten. Da hinten sind noch welche. Da wieder Autoteile. Ja, okay. Du bleibst liegen. Äh, Achtung, incoming von links, äh, rechts. Je nachdem, wie man steht. Ich bin an deiner Seite. Alter, wer schießt hier? Da war ein Sprenger, ich musste schießen. Also, alles klar. Ich müsste mich jetzt demnächst mal heilen. Ja, ich, äh, Leute, wir müssen zusehen. In 1,40 kommt der Schwarm. Okay, ich renne. Ja, open hinter dir. Ich heile mich mal. Wie komme ich hier rein? Scheiße. Oh man, hier wird laut. Macht ihr? Ja. Wir brauchen noch 7 Stück, also das könnte noch ein bisschen. Oh, hier hinten ist da ein 6 Stück. Kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht. Da oben ist ein Screamer. Scheiße, oh, ich flieg schon wieder. Hinten in dem Laden. Ah, verdammt, äh, es kommt welcher. Wie viele Minuten haben wir? Warum eine Minute, also? Oh Gott. Danke. Bitte, bitte. Hier ist nichts mehr. Einmal weiter das Auto-Teil. Achtung hinter dir. Halt die Backen. Meine Fresse. Wo sind denn die Auto-Teile? Dahinten ist ein Screamer. Ich gehe mal zu den Screamer machen und ihr macht die Auto-Teile. Okay, ich bin hierüber. Ja, das... Wird, glaube ich, nix. Och, ja, ich bin... Mein Gott, nochmal. Alter, alter. Nun, 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 nun. Das. Ihr müsstet ihr demnächst jetzt respawnen. Die ist schon respawned. Ich werde zum Zombie. Äh, ich liege jetzt auch gleich. Oh fuck, was ist los hier? Meulebrenne. Kommt, Schwarm kommt. Ja, das ist gut. Das ist wohl gut. Dann liege ich jetzt mal eben. Ach ja. Ist doch entspannt, hier mal auf dem Boden rumzuliegen. Ja, war klar. Ja, durch den Green Goals tot. Ja. Ja, das ist gut. Also letztes Mal, letztes Mal war das wesentlich einfacher, obwohl ich auch auf der gleichen Schwierigkeit gespielt hatte. Ich weiß nicht, warum. Naja, weil die, äh, du da mit NPCs gespielt hast, sind die gar nicht so schlecht im Vergleich zu uns. Naja, wenn du, äh, mitten im, mitten im Weg des Laufweges, der es, ähm, Schwarm sind Intelligenten nennst. Ja. So, äh, ja, immerhin 500 Punkte, äh, oder Zombies, ne, das ist ja schon mal was. Schöne runde Zahl, Schädlingsbekämpfer. Ich schaff's auch auf Löffel 11, das ist auch gut. Ja, ich bin auch Löffel 11. Tiefe Taschen, sehr gut, dann kann ich wieder mehr Muni mitnehmen, auch das ist gut. Stromschrotflinte ist wieder ein bisschen gelevelt und wieder ein paar Vorratssachen. Mal gucken, ob ich hier noch was, äh, ausrüsten, anpassen, etc. Paar PP kann, äh, kann ich die hier, ach ne, die ist hier automatisch, ne? Das Rote ist immer automatisch, weil das kann ich nicht aktivieren. Mhm. Gut. Äh, du beginnst immer, ne, 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 nicht rot. Ja, ist klar, okay, das Rote ist automatisch, das heißt, ähm, oh, wir haben sowieso schon mehr, ähm, Munition, gute Sache. Gut, äh, das nehm ich mir mit, äh, dann würde ich sagen, versuchen wir das direkt nochmal. Jo. Ja, dann, äh, bereit. Ja, dann, hau rein. Ja, gut, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge erst. Oh, was, ja, genau, genau. Dann, bis demnächst. Ciao. Ja, bis denn, tschüss.